Wir sind der freche Bruder vom großen Bruder, der versucht, Sachen ab und zu ein bisschen anders zu machen. Frust ist der größte Gegner einer Mannschaft, weil Frust bringt mit sich höhere Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden, Unzufriedenheit und Teamchemie leidet. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir sind jetzt ein Team. Davor das überhaupt ein Thema war, dass er zu uns kommt, wusste ich, dass er gesund ist. Bis zum nächsten Mal.